Hallöchen Leute und herzlichst Willkommen zum zweiten Teil von Pro Evolution Soccer 2013 mit mir, Cypher Squad LP. Und der, ich nenne sie jetzt einfach mal, Stirino Challenge. Und zwar mit Werder Bremen, die Bundesliga zu bestreiten. Da sehen wir ihn, den netten Herr, da gibt es noch einige taktische Anweisungen im Training gegen das Spiel, ja, gegen Gladbach. Und zwar, gehen wir doch gleich mal in dem Zeitfenster vor, oh, da müssen wir jetzt aber weit vor. So, am siebten, da hätte ich vielleicht vorher vorspringen können, naja, gut, okay. Oh, am siebten ist noch was. Na, mal gucken. Erst mal speichern. Und dann schauen wir doch mal, was jetzt am siebten passiert. Konnen wir aber, was könnte da passieren? Nationalmannschaft. Jaja, Systemdatenspeicher. Pipapo, wir kennen das. So, was passiert jetzt? Haben sie versucht, äh, ach, Jugendspieler. Jaja, Jugendspieler. Könnten wir aber mal gucken. Verhandlungen, Jugendmannschaft. Wir gucken mal, wen haben wir denn drin? Da können richtige coole Leute drin sein. Äh, bop, bop, nö, nö, nö. Er ist ganz gut, 73 Wertungen in der Jugendmannschaft. Pupescu, der sagt mir doch auch was. Äh, oh, jetzt noch ein Links-Mittelfeld. 72. Was bin da? Suflakis 71. Mensch, wir haben ja richtig... Mensch, wir haben ja richtig... Also, gar nicht so schlechte Spieler. Muchos, 16 Spanien. Sagt mir auch irgendwas. Aber gut, äh, wollen wir ihn aus der Jugendmannschaft nehmen? Mh, nö, können wir ja immer noch machen. Ähm, ja, so. Mh, mh. Oh, was ist denn jetzt am 8. schon wieder? Meine Herren, gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Krieg ich irgendwelche Schuhe oder so? Das ist ja hier... Na ja. Ich glaube, man kann noch mit so einem gewissen Datum vorblättern. Ich glaube, das habe ich gerade irgendwo übersehen. Aber na ja. So, was ist denn jetzt? Ich werde ihn dringendem Winschenwürzel und so, Scout, so, bla, 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 bla. Scout und so. So, zu Datum vor. Zack. So, jetzt spring mal bitte. Meine Herren. Theoretisch hätten wir jetzt noch wen verpflichten können. Aber ich will mal die erste Saison mit dem Original-Werder-Bremen-Kader. Also, jetzt, äh, glaube ich, ist er noch aktuell. Oder sind ein paar Spieler raus. Oder mit dem sozusagen aktuellen Kader von Werder-Bremen. Machen wir mal die erste Saison. Und danach mal schauen. Irgendwie können wir ja anpassen, für wen Werder sich jetzt so im Richtigen interessiert. So, 19. 20. Noch fünf Tage. Und dann geht's gegen Gladbach endlich. Dann geht das alte Rautenspiel nämlich los. Ach, los. 23. Und 24. Und... Fein. So. Mönchengladbach. Stevino, hast du deine Truppe ordentlich, ordentlich aufs, äh, Vordermann gebracht? Genau. Mach ZZ. Jetzt kommt erstmal noch, ja, heute ist unser erstes Bundesliga-Spiel. Und nananana, und... Wir wollen doch einfach nur spielen. Ich glaube, jetzt kriegen wir die ganzen Informationen. Wir haben heute im heutigen Spiel gegen Borussia mit Lama 1 Scout-Bericht erhalten. Ich erwarte, dass sie 4-2-2-2 spielen. Was ihre Strategie angeht, entscheiden sie sich wahrscheinlich für langer Ball. Zurzeit liegen sie auf Platz 97 in der Klubrangliste. Respekt. Sie lauern gerne auf Kontra und versuchen dann mit langen Bällen ihre Schnelligkeit auszunutzen. Okay. Gut. Die Bundesliga hat begonnen. Themenliste verlassen. Und wir gucken... Oh! Sehr gut. Wir sind gut aufgelegt, so können wir spielen. Dann ab ins Spiel. Wir haben schon genug Zeit verplempert mit Miele, Zuckertes, Luki, Meri, Luki, Selassie, Ignowski, Junozovic, Anatovic, Ikechi, Elia, De Bruyne und Petersen will ich meinen ersten... Oder Stovinio will seinen ersten Bundesliga-Sieg als Trainer von Werder Bremen einfahren. Und da schauen wir nochmal. Oh, wir spielen sogar zu Hause im Wiesner-Stadion. Sehr gut. Das ist immer für den ersten Spieltag immer nicht schlecht. Und ich habe die Schwierigkeit jetzt auf Profi hochgestellt. Ich hoffe, ihr erkennt es an der Spielweise vom Gegner, weil ich werde jetzt wahrscheinlich tierisch auf den Sack kriegen. Aber ich gebe mein Bestes. Und mein Problem ist, glaube ich, jetzt eher, dass ich probieren muss, mich auf der 4 zu halten. Weil mein... Sag jetzt mal so vom Spielniveau her bin ich so zwischen 3 und 4, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Mehr aber auch nicht. So, Anstoß gegen Borussia Mönchengladbach. Die Bundesliga hat begonnen. Und... Eieiei, da geht es schon los. Äh, ja. Gegen Mönchengladbach nicht der leichteste Gegner meines... Also so finde ich. Die Abwehr greift hier rechtzeitig durch. Und Ikechi am Ball. Ha! Und ab zum Keeper hinter Militz im Tor. Ich hoffe, der schafft das. Und hält mal wirklich so ein paar Bälle. Peter sind oben. Ikechi. Und Elia geht, Elia geht, Elia... Oh! Wow! Der war ja fast drin. Wie habe ich denn das gemacht? Aber das war eher so ein Abpraller. So! Okay, siebte Minute. Ich bis jetzt. Ziemlich ausgeglichene Partie. So, Onoutovic am Ball. Ah, verdammt! Oh, Scheiße. Und jetzt Schickdon. Aber damit habe ich ehrlich gesagt schon gerechnet. Aber der ist schneller als ich! Oh! Und da vor dem hat uns der Scout ja gewarnt, dass wir da gucken müssen. So, aber momentan immer noch 0-0. Aber wir haben auch erst 10 Minuten gespielt. Alles noch im Lot. Oh! Hallo! Foul und so. Wie wäre es mal, Schiri? Nein. Ja, den haben wir noch. Den haben wir noch. Den haben wir noch. Ah, schade Absatz. Dreimal auf Holz geklopft auf die Schenkel, wie gesagt. Und... Eih! Ganz knappes Absatz. Halber Meter oder so. Ich bin ja dann auf die großen, dicken Brocken gespannt auf Bayern und Dortmund. Alter, werde ich sowas von auf den Sack kriegen wahrscheinlich. Ähnlich. Nein! Oh! Wenn der passt durch... Au! Foul! Sehr schön. Foul. Wir spielen mal unten. Und wieder hoch. Und da hin. Boah, ey. Was ist denn das? Gladbach hier mit der Brachialkäule. Ah, scheiße. Nein! No! Nein, 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 nein. Am Stauber! Oh! Ha, ha, ha. Huh, huh, huh. Hier geht es ab. So, Ecke. Gladbach. Und den köpfe ich raus. Aber da steht einer Scheibenkleister. Aber den habe ich. Komm, komm, komm. Hunde, 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 Hunde. Jawohl. So, ist der Lassi am Ball? Nein! Ach, Mensch. Scheiße. Ich würde wahrscheinlich so oft Scheiße sagen, wie es geht. Oder wie das nur machbar ist. Ah, die haben aber auch ein Schweinwend am Ball. Und Militz. Ah, das! Was war das? Ach, so ein Mist. So ein Mist. Was für ein schlimmer Fehler des Torhüters. Aber Kompliment auch an den Stürmer, der nicht abgeschaltet hat. Ah, so. Kurze Pause. Was war das? Militz, du enttäuscht mich. Und da hatte ich mich ehrlich gesagt auf dich verlassen. Och, Mann. 1-0 Gladbach. Und ich hatte mich so drauf verlassen. Ekechi. Ekechi. 1-1. Yes! Sauber. Wir machen den Fehler wieder wett. 1-1 gegen Gladbach. Alles wieder offen. Und da hatte Gladbach, glaube ich, auf Abseits spekuliert. Genau. Da. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es vielleicht sogar Abseits war. Was Abseits? Ich bin unsicher. Wir gucken mal. Schwer zu sehen. Schwer zu sagen. Kann ich nicht sagen. Ich glaube aber ja. Ich glaube, es war Abseits. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, 1-1. Supi. Alles wieder offen. De Bruyne macht hier das 1-1. Und ich glaube, er macht jetzt gleich. Fehler vom. Gladbacher Spieler. Gleich am Anfang. Und bei sowas muss man echt vorsichtig sein. Weil. Sowas nutze ich gern aus. Das macht Spaß. Gerade auf der Schwierigkeit. Aber ich habe es nicht genutzt. Das wäre jetzt natürlich gewesen, wenn ich da jetzt gleich das 2-1 draus gemacht hätte. Und jetzt muss natürlich unsere Abwehr hier ein bisschen. Ah! Gut gesehen. Oh, Anautovic holten sich. Sehr schön. Immer noch Anautovic. Ah, Mist. Bisschen zu lang gewartet. Immer noch zu lang gewartet. Ei, 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 ei. Aber. Wir kommen ran. Nein. Oh Gott. Der wird mir doch jetzt abhauen. Nein, doch nicht. Doch. Er wird mir abhauen. Oh, wei. Wow. Alter. Da kommen die jetzt mehr mit Seitenfalz hier und sowas. Gibt es ja wohl nicht. Der Brün läuft, lauf, lauf. 2-1. Wir drehen das Ding hier. Jetzt zeig doch mal den Stavinho hier. Ich würde ihn freuen sehen. Mensch. 1-0 zurück. Und dann drehen wir das Ding hier. 2-1. Da zeigt das an und da schicke ich ihn. Zack. Rechts ins Eck. Oh, schön gemacht. Mit der Pike. Habt ihr das gesehen. So, 2-1. Yeah, ich bin begeistert. Erstes Bundesliga-Spiel. Und wir liegen vor der Halbzeit vorne. Das ist immer ganz wichtig. Oh, wei. Oh, je. Nein. Oh, das habe ich jetzt nicht getan. Elf Meter. Elf Meter für Gladbach. Ach, nein. Nein, nein, nein. Okay. Militz. Militz. Nein. Und ich wollte in der Mitte bleiben. Verdammt. Ich habe es mir schon vorhin genommen und habe gedacht, nein, springst du doch lieber in die Ecke. 2-2. Eigenschuld. Ach, verdammt. Okay, alles wieder offen. Ja, und ich habe wieder vergessen, die Kommentatoren auszustellen. Nein. Komm, hol ihn dir. Komm. Abseits. Oder Foul. Ne, abseits. Okay. So, okay. Okay. 2 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Es steht unentschieden. Bleib dran, bleib dran. Kriegen wir den? Nein. Ach, faul sogar. Foul sogar. Äh, Juno, so gut schon. Oh. Kinovski oder wie er heißt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Hier nicht das. Denn hätte ja einer. Oh, da standen so viele. Der Keeper kickt lieber weg. Nein. Oh Gott, der geht doch jetzt durch. Der geht doch jetzt durch. Oh, geht er nicht. Okay. Wieso gerade das? Was machst du so weit vorne? Aber ich hatte dich gerade mal. Uh. Knapp, knapper, knapp. Drei Minuten Nachspielzeit. So, okay. Wir haben noch eine Chance. Anotovic geht. Petersen. Kommt er noch an den Ball? 3 zu 2. Hey, und ich flippe hier gerade so ein bisschen aus. Drei zu zwei. Wir gehen wieder in Führung. Direkt vor der Pause. Ganz wichtig. Schöner Doppelpass hier. Huh. Okay. Drei zu zwei. Mensch, was ist das für eine erste Halbzeit? Ey, dann wird das Let's Play, wird wahrscheinlich der Spannungskiller schlechthin und ich lande irgendwie mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Und alles zusammen. Was weiß ich noch. So, Halbzeit. Wir gehen mit einem Tor in Führung. Den irgendwann habe ich selbst zu verschulden. Ansonsten hätte es vielleicht sogar 3 zu 1 gestanden. Aber, ja, 3 zu 2 ist okay, aber die sind auch gut drauf. Und, ja, Abwehrleistung müssen wir noch ein bisschen gucken. Mielitz im Tor. Naja, vielleicht gucken wir uns doch vielleicht mal noch nach einem anderen Keeper um. Oder, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Schön geholt. Äh, Jonasowitsch. Der war echt gut. Ah, verdammt. Oh, der lässt sich den vorbei. Sehr schön. Gut gemacht. Ah, verdammt. Oh, da wollte ich schon zum Schuss ansetzen. Aber hat dann doch nicht gereicht. Aber, momentan für Stufe 4 schlagen wir uns gar nicht so schlecht. Oh. Mist, Mist, Mist. Okay, ähm, ich werde mal in der 65. werde ich mal probieren zu wechseln. Mal sehen, ob das klappt. Oh, erstmal lassen wir uns hier ein Ball abnehmen. Aber, den kriegt er, den kriegt er. Ah, das wollte ich mal einen Weitschuss probieren. Und jetzt laufen wir natürlich, Gefahr, jetzt hier in den Konter zu kommen. Mitlaufen, mitlaufen, ist angesagt. Mal schön mitlaufen. Nikitschi holten sich. Wow, das war sogar der Computer, nicht ich. Oh, nein, 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 nein. Ah, scheiße. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Oh, da kommt die Grätsche noch. Und er geht vorbei. Heißer, hoppser, sah. Also für ein erstes Bundesligaspiel geht das hier ab wie Schmitz Katze. So, Nikitschi kann gehen. Auf Petersen, auf Arnautowitsch. Und Arnautowitsch wird einfach mal böse gefoult und das wird einfach mal nicht gezählt. Lauf. Oh, miele Zeit. Kriegt er den noch? Kriegt er den noch? Kriegt er nicht mehr. Ja, der war wichtig. Das war eine richtig starke Rettungstag. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Kosten. Okay, Ecke Gladbach. Hanke kommt. Und die Flanke. Der ist irgendwie verunglückt. Jawohl, und Horstner. Ja, und er verliert den. Und Petersen. Und jetzt sind 10 Ballbesitz. Boah, verstolpert's. Oh, abseits. Okay. So, ich werde mal wechseln. Oder? Ja. Wir wechseln mal. Äh, wen holen wir denn? Arnautowitsch? Nö, Quatsch. Arnautowitsch, lass mal drin. Junosowitsch finde ich eigentlich auch... Ich finde vorne eigentlich vollkommen okay. Ich werde mal Ikitschi rausnehmen gegen Barkfrede. Oh, und dann vielleicht noch... Ja, Elia noch gegen Schmitz. So. Und dann bringen wir zwei frische Männer. Hui. Okay, wir halten noch das 3 zu 2. Ich bin gespannt, ob wir es durchbringen können über die Zeit. Ich bin gespannt, ob wir es durchbringen können über die Zeit. Und dann war es mal vor. Annautowitsch. Ja. Und das war keine Flanke. Das war irgendwas. Lass mich hier genüsslich abbeißen. Macht man normalerweise nicht, aber... Kein Glück. Wäre halt schon Manieren, ne? So. Kommen wir da an den Ball. Wir kommen an den Ball. Und ich hatte gedacht... Oh, verdammt. An den Pässen muss ich noch ein bisschen arbeiten. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich die Quittung dafür. Hier. Ne. Kriege ich nicht. Okay. So, Backfreder hat Platz. Der Brünn hat auch Platz. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das 4 zu 2 auf dem Fuß. Und er macht's nicht. Und da 4 zu 2. Yes. Sorry, weil ich jetzt noch ein bisschen übersteuere. Aber das ist schon ein bisschen cool. Jawohl. Und da kommt der Befreiungsschlag. Da klatscht das Devinjo. Das gefällt ihm gut. Abpraller. Abstauber. Tor. Nach einer Ecke. So, jetzt haben wir ein bisschen Luft nach oben. Und dem war jetzt hier auch ein bisschen... Ah, verdammt. Oh. Oh, gut geklärt von Sokrates. Sehr gut gemacht. Ah, verdammt. Ich sollte diese Laufpässe ein bisschen lassen. Und stattdessen auf normale Pässe setzen. Oh, nö, oder? Ey. Manchmal da... Brauchst du dich. Ich wollte ihn jetzt einfach vorschlagen. Und er hat das irgendwie nicht gemacht. Vielleicht hab ich ihn in die falsche Richtung gedrückt. Das kann natürlich auch sein. So, Bargfrede war jetzt nicht die... Äh, schlechteste Entscheidung, glaube ich. Ah. Und da pfeift keiner Elfmeter oder was, wenn der da das Bein stehen lässt. Wunderbar. Schön mitgegangen. Abwehr. Besser geworden, finde ich. Ja, da würde ich durch die Mitte dann gehen. So, wollen wir nochmal wechseln. Aber eigentlich nicht, oder? Das wäre jetzt nur in die Länge ziehen. Äh, wir spielen durch. Nunozowitsch verkackt, doch wirklich noch den Einwurf anzunehmen. So. Naja. Okay. Sollte nicht sein. Ich habe übrigens, äh, was mal anderes Thema, so was Transfers und so, ähm, begeht, oder begeht, angeht, äh, habe ich mir gedacht, ihr könntet ja, mir einfach mal eure Lieblingsspieler oder Spieler, die interessant sind, könntet ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu Bock habt. Und dann könnte ich ja probieren, die, ähm, ähm, ja, zu kriegen für Werder Bremen. Wie jetzt komme ich raus und kicke ihn einfach mal weg. Sehr schön. Wunderbar. Und dann könnten wir ja mal gucken, ob wir die Spieler vielleicht sogar für Werder Bremen begeistern können. Ich glaube, Hamburger wird schlecht. Also wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, pff. Ich bin nicht tot, wer spielt bei Hamburg? Keine Ahnung, auf jeden Fall, 4 zu 2. Sieg. Erster Bundesliga-Spieltag ist gewonnen. Und ich bin begeistert, 4 zu 2, damit kann ich auf jeden Fall leben. Die Chancen waren auch, es war ein sehr schönes, ausgeglichenes Spiel, fand ich. Jetzt, ich habe die Chancen ein bisschen besser genutzt. Die Abwehr war auch noch verbesserungswürdig, aber ich kann damit leben. Wie gesagt, ein Elfmeter, naja, gut. Äh, Fouls habe ich weniger als Gladbach, wobei die zwei Abseits und zwei, ja. Ähm, Freistöße hatte ich 4. Eckbälle 2. Abgefangene Pässe, 31 zu 16. Also, war schon ganz gut. Ähm, ja, Ballbesitz hatte ich auch mehr. Sehr schön, aber weniger erfolgreiche Attacken. Okay, gut, Leute. Das soll es gewesen sein für PES 2013 mit Trainer Stevino und Moderator Cypher Squad hier am Mikrofon. Das war übrigens auch wieder, das macht er, ja. Egal. Stevino, Leute, wissen wir, was das gerade war. So, Leute. Bis zum nächsten Mal und ich sage, ja, abonnieren, kommentieren, wenn ihr Bock habt. Und, ja, haut rein. Tschöö.